Fürst Albert. Besonderes Dinner mit seiner Ex-Geliebten, ohne Scharlene. Fürst Albert hat nach seinem Italien-Kurztrip ein Event im Zeichen des Naturschutzes veranstaltet, zu dem auch seine Ex Nicole Kast erschienen ist. Ehefrau Scharlene blieb hingegen zu Hause. Nachdem Fürst Albert, 65, und Fürstin Scharlene, 45, am Mittwoch 12. April 2023 mehrere gemeinsame Termine in Florenz zusammen wahrgenommen haben, ging es für das Ehepaar zurück nach Monaco. Dort fand am Freitagabend, 14. April, das Rehwild The Planet Dinner statt, das die Stiftung des Regenten ausgerichtet hat. Fürst Albert lädt seine Ex zu Events seiner Stiftung ein. Ein glamouröser Abend im Zeichen des Naturschutzes mit ebenso besonderen Gästen. Wie die Foundation Prinz Albert II. de Monaco auf Instagram ankündigte, und zu denen zählte auch Alberts Ex-Geliebte Nicole Kast, 51. Das verrät die Mutter seines unnählichen Sohnes Alexandre, 19, auf ihrem privaten Instagram-Account. Und postet ein strahlendes Foto von sich in einer langen, rosafarbenen Robe vor der aufwendig gestalteten Fotowand der Stiftung. Ein weiterer Schnappschuss, den Alberts Stiftung im Netz teilt, verrät zudem, dass der 65-Jährige alleine an dem Abendessen teilgenommen hat, von Fürstin Scharlene fehlt weit und breit jede Spur. Nicole Kast kann Fürstin Scharlene nicht leiden. Kein Wunder, dass die ehemalige Schwimmerin auf eine Begegnung mit der ehemaligen Geliebten ihres Mannes gerne verzichtet hat. Schließlich hat Nicole Kast in der Vergangenheit schon oft gegen Scharlene geschossen, öffentlich. So reagierte Kast in einem Interview mit. Paris Metzschroff auf Fragen zu der Fürstin sagte unter anderem, das ist ein Thema, dem ich nicht ausweichen kann, weil wir oft verglichen werden. Ich mag es nicht, wenn man mich vergleicht. Ich habe mir nie einen Feind gemacht. Es gab angeblich Momente zwischen ihr und Scharlene, die sie tief verletzt haben. Während der Verlobungszeit habe ich Dinge erlebt, die mich alarmiert und schockiert haben. Sie hat zum Beispiel das Zimmer meines Sohnes gewechselt. Und die Abwesenheit seines Vaters ausgenutzt, um ihn in den Personaltrakt zu stecken. Als Mutter finde ich keine Worte, um dieses Verhalten zu beschreiben, so Kast. Im Dezember 2021 trat sie auf einer Party in Marylebone nochmal nach. Reagierte auf den damals angeschlagenen Gesundheitszustand der Fürstin laut Angaben von Daily Mail recht emotionslos. Es ist mir egal, was mit ihr los ist. Alles, was ihr widerfährt, ist Karma. Lautete Kostes kühle Antwort. Obwohl Albert sich von den Aussagen seiner Ex-Partnerin distanziert hat, wird Scharlene diese Worte wohl nicht vergessen haben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF, 2020